Wir sind hier beim Rap Soul Videodreh für die dritte Single König der Welt vom Album Achterbahn. Das ist die Commerzbank Arena, da gehen wir jetzt rein. Da drehen wir ein tolles Video. Ist das auch unser Aufenthaltsraum? So sieht's aus, wir sind die Gastmannschaft. Hallo. Hallo. So, auch für alle da, ich hab abgenommen. Der Gürtel ist viel zu groß. Wo war denn das? Herr Uff. Meine Mutter wohnt da um die Ecke. Wir müssen jetzt folgendes Problem bewältigen. Zwar werde ich diesen Schal tragen. Wenn ich mich mit diesem Schal bewege, das haben wir jetzt gemerkt, seit mehreren Auftritten, dass der direkt nach dem Intro direkt weg ist. Und wir müssen uns jetzt befestigen. Hier mit. Ja, das ist die erste Szene, wo wir so ein bisschen in der Kabine aufs leere Stadion gucken und hoffen, dass es noch voll wird. Wir haben eben gerade den schweren Job gehabt, kurz nach da zu laufen, vor das Fenster. Also es ist echt anstrengend, den Videodreh. Noch? So, dann gehen wir los, ne? Jetzt tut es ja. Also. Ja, wird auf jeden Fall alles geil. Klappen tut auch. Wir haben immer ein geiles Team dabei. Oliver Sommer ist wieder am Start. Das machst du? Ja. Und Action. Ja, man steht schon viel rum so. Jetzt geht's hier gleich, jetzt hier, Repstore an den Start. Also, das ist gleich. Das ist gleich der letzte. Rot nach rechts gehen. Also, die nächste Szene wird sein, ja, eigentlich auf der Bühne stehen, wie wir durch die Gänge laufen, nochmal so Bilder von uns werden nochmal geschossen. Ich drehe auch das Musikvideo als Kinderrolle. Wir sind so eine Art Kinderchor und die CD wurde ja schon aufgenommen und wir machen jetzt das Video hier zu dem Song. Ja, also ich war ja im Krankenhaus im Monat. So, ich würde sagen, damit war es das. Vielen, vielen Dank. Tschö. Ist kalt. Ist kalt. Ist kalt. Ist kalt. Ist kalt. Vielen Dank.